ja herzlich willkommen wieder zu den bauform 24 news nummer 51 wir haben wieder ein paar sachen die wir euch mitteilen wollen müssen können was auch immer zum beispiel gibt es eine menge preise für euch bekannt aber der gewinner aus den letzten werkzeug news und dann aber noch ein ganz besonderes zückerchen für euch nämlich wir suchen einen baggerfahrer unter euch der ein dirt track für ein mountainbike rennen bauen kann oder zumindest mithilft dabei das zu bauen die kollegen von clark's die stellen die baumaschinen für das audi 9 mountainbike event am 14 9 in birkenfeld wir gucken uns schon vor dem eigentlichen event um wenn die strecke für den mountainbike event gebaut wird und wenn unter euch jemand ist der mit dem bagger gut umgehen kann sich zutraut so einen mountainbike track zu bauen oder mitzubauen dann kann er sich nämlich melden und er kann ein bisschen was gewinnen zum einen darf er mitbauen am 31 august an der strecke und dann kriegt er noch ein set von gopro gesponsert nämlich eine gopro mit zubehör im wert von rund 500 euro das die gopro hero 7 black die habe ich übrigens auch und außerdem bekommt der gewinner noch zwei vip tickets nebst unterkunft für sich und seinen anhang für den eigentlichen event am 14 9 für den zweiten und dritten gewinner haben wir auch noch mal zwei karten zwei tickets für den 14 9 was müssen wir machen um an dem gewinnspiel zeit zu nehmen ich würde sagen ihr solltet erst mal am 13 august zeit haben ihr kommentiert dann unter dem video unter dem hashtag clark's hero warum ihr denn meint dass ihr so ein mountainbike track gut hinbekommt mit dem bagger und auflösung des gewinnspiels gibt es bereits am 19 8 das heißt da gibt es noch eine special ausgabe der bau 25 news also wenn ihr baggern könnt oder sonstige fähigkeiten in der art bewegung habt dann kommentiert und das video und meldet euch so dann haben wir aber auch noch ein paar andere sachen nämlich jede menge gewinner und wir haben auch ein paar videos in der zwischenzeit rausgebracht zum beispiel natürlich die werkzeugnews unter anderem das special mit den 800 grad grills das kam ja sehr gut an bei euch das freut mich denn es ist ja so ein bisschen so ein anderes themengebiet stichwort männerkanal wobei mittlerweile auch rund zehn prozent der zuschauerschaft weiblich sind gestern gegen die werkzeugnews nummer 14 online die kam auch sehr gut an da haben unter anderem die neue bosch gts 635 216 vorgestellt das ist eigentlich ein richtig heißer die filme nachher auf denn die gibt es aktuell für 350 euro bei amazon und wenn du überlegst dass die bosch pts 10 die grüne bosch tischkreissäge auch eigentlich so um die 280 300 euro liegt dann ist das eigentlich ein richtiger schnapper also guckt euch das video noch mal an verlinke ich euch gerade oben in der infobox dann hatten wir auch ein besonderes bonbon und zwar haben wir die neue g klasse mal auf herz und nieren getestet denn in graz hat mercedes ein eigenes customer experience center gebaut da kannst du alles rund um die g klasse erfahren im wahrsten sinne des wortes erfahren da gibt es als offroad track wasserdurchfahrten und so weiter habe ich gemacht war sehr spannend aber das spannendste überhaupt kommt nämlich diese woche freitag um 18 uhr da habe ich nämlich den sagen umwobenen schöckel den hausberg in graz befahren ich bin hochgefahren mit der g klasse der kollege der mich da ein bisschen eingewiesen hat der ist dann den schöckel runter gefahren aber frage nach sonnenschein das war eine der krassesten erfahrungen die ich im offroad bereich bisher machen durfte freut euch auf das video und es ging auch nicht so ganz ohne kollateralschaden ab denn wir hatten auch so ein kleines technisches problem irgendwann noch mal aber bis dahin kommt noch ein bisschen was denn am mittwoch zeige ich euch noch mal das thema unimog nämlich ein unimog als wohnmobil kofferausbau nicht für ganz kleines geld zu haben trotzdem sehr cooles fahrzeug sehr cooles auto dann bieten ich diese woche auch noch unterwegs im thema suv wir bekommen nämlich hier in die redaktion den jeep grand cherokee trackhawk mit über 700 ps eines der schnellsten suvs ich glaube das war sogar mal das schnellste suv bis der lamborghini urus auf den markt kam aber ich sag mal eine drei form komma von 0 auf 100 das ist schon eine ansage und deshalb bin ich gespannt dann bin ich am freitag auch bei den kollegen von dumm tüch mal wieder da wollen wir uns ein bisschen mal den trackhawk genauer ansehen wollen mal gucken ob wir das ganze noch optimieren können denn wenn ihr euch erinnert haben wir auch mit dem g63 schon ein bisschen spaß gehabt dann schauen wir mal was mit dem trackhawk so geht ich war ja in turin bei fiat und habe den face gelifteten ducato mir angeschaut und den educato der aber leider noch nicht verfügbar ist der kommt wohl erst nächstes jahr blende ich euch auch gerade noch mal oben ein jetzt gibt es die gewinner der letzten werkzeugnews fangen wir direkt mal an mit dem werkzeugnews nummer sieben das war nämlich die top ten werkzeuge oder eure top ten werkzeuge auf amazon und da haben wir unseren alten bosch flexi klick akkuschrauber verlost also den aus unserer werkstatt aus prominentem vorbesitz quasi der geht an den zuschauer chris nill chris du meldest dich wie üblich mit mail an die redaktion blenden wir gerade ein dann hatten wir eine besonders hitzige episode der werkzeugnews nämlich die ausgabe nummer 8 überleben bei 40 grad da hatten wir das thema akku ventilatoren und kühlboxen unter anderem und bei den kühlboxen haben wir die makita kühlbox verlost und die makita kühlbox geht an den zuschauer thomas theo ebenfalls thomas melde dich ebenfalls wieder innerhalb einer woche melden an die redaktion dann sind wir bei der werkzeugnews nummer 9 da ging es um hochdruck oder auch niederdruckreiniger und da haben wir den 50 euro hochdruckreiniger also mit den billigsten hochdruckreiniger auf amazon der aber gar nicht so verkehrt war haben wir verlost und gewinner ist der manuell feil dann geht es weiter mit den werkzeugnews nummer 12 da hatten wir das thema akkukompressoren und bei den akkukompressoren hatten wir einen dabei der lief ohne akku nämlich der black und decker und den war an euch verlost und gewinner ist der zuschauer erik schmitz dann den gewinner der werkzeugnews nummer 13 da ging es um das thema einhell versus bosch nämlich die neuen winkel schleifer von bosch wer ist es den neuen brusches winkel schleifer von einhell war eine ganz interessante geschichte damals so ein kleines package geschnürt nämlich 1000 spack schrauben zu unserem akkuschrauber test dann in jeweils winkel aufsatz und das kleine spannbohrfutter von wolfkraft und der glückliche ist der ssnake 1977 ihr meldet euch an die redaktion die adresse blenden war gerade ein innerhalb einer woche und dann geht das zeug raus wir haben auch wieder was zu gewinnen für euch nämlich unser 800 grad grill special erinnert euch da haben wir den lohnstar gehabt als budget tipp und den verlosen waren alles was ihr dafür tun müsst ist unter dem hashtag port mal zu schreiben was ihr eigentlich sportlich gerade so macht denn wir rüsten uns gerade hier so ein gym im büro auf das heißt wir bauen hier gerade einen raum um mit geräten für unsere mannschaft dass sie alle fit bleiben dass wir alle fit bleiben um euch weiterhin so schöne videos zu präsentieren und deshalb die frage macht ihr auch irgendeine form von sport von fitness vielleicht auch vor der arbeit dann schreibt uns das mal wenn ihr nix macht schreibt auch dass ihr nix macht oder vielleicht mal gemacht hat oder warum auch immer ihr sport macht oder auch nicht wenn ihr den sport macht dann könnt ihr euch auch erlauben mal ab und zu so ein schönes prachtsteak hier aus dem hochtemperatur grill zu genießen und den könnt ihr dann eben gewinnen und nicht vergessen alle baggerfahrer unter euch hashtag clark's hero für das audi nines event bewerben lohnt sich definitiv auch in diesem sinne tschüss und bis dann nächste news bereits in einer woche am montag tschüss